so das ist an der stelle wo wir abgeschissen sind einige stunden später ja ich musste im keller auch noch was machen wer ist da die er zeige ich will Mann, 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 ey. Immer ein Ruf halt auf die Scheiße, du. So, wir sind jetzt einfach mal hingebreddert. Und haben die einfach niedergemetzelt. Mit natürlich auch etwas kleinem Verlust. So, da tun wir uns jetzt erstmal richtig verdient. So, wo war der andere Wurm, der in dem er da platt gemacht hat? Ey, der stand ja hier, genau. Der ist ja da zusammengesagt. So. Verdammt, ja nie zur Hölle! Was ist das? Was ist das? Was ist das? So. Okay. Das hat mich doch nicht verarscht, wenn hier so eine Superkanone steht, dann benutzen wir die auch, ey. Nee, natürlich hier gar nichts. Verdammt doch mal! Diese Ladekapazität ist echt scheiße. Der Scheiße, ey. Mann, da sind wir wieder halb im Arsch, ey. Da sind wir Plinselpacke da. Jetzt hast du es aber, oder? Was sehen wir denn hier? Jetzt sind wir weggekommen. Jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Leben verloren, aber wir haben das jetzt hier durch. Wir machen mal die Lampe aus. Und, äh, abgeschissen. Oh, 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 oh. Na nu, nur eine? Verdammt! Der ist echt, machst du auch einen Swimmingpool. Die Viecher sind so schnell, ey. Das ist echt Kreuzkümmel, ey. Und also, boy, dann geht es nicht weiter. Okay, jetzt auch nix. Können wir denn hier rein? Ähm, ducken. Tatsächlich ist es eine Leine! Ho, ho, Jochen, ey. Äh, ja, und jetzt? Und, wo ist das? Ach, du Scheiße, da geht's lang. Nimm das! Du wirst dir noch wünschen, tot zu sein. Du gehörst mir! Ah! Uh, ja, ähm. Virus, sag was. Was wollte ich denn sagen? Na, nicht zurück nach vorne. Viele Kisten. Das sind wir hier überall. Oh, nein? Das war's. Nein, ich seh aber auch nix. Weil ich von hier oben drauf schießen könnte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sind viel zu schnell, die Lappen, ey. Ja, jetzt lad auch noch nach, ey. Hä? Hä? Das war's. 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 da geht auch unser konto der ganz alleine hier oben ob sie mentiert so ein scheiß komm doch die karte und lass ihn mal los da unten mal ruhig kämpfen kämpfen tönen ich mach das von dem oberhaus wenn ich was sehe einer liegt schon mal da ist alles okay jetzt ist es finito stecken sie wieder vor mir die schweine gibt es doch nicht drunter mal das ist doch scheiße ist doch feier ich will euch doch hier oben ganz einfach betraut euch was gibt es doch nicht jetzt verstecken die sich da und und da fliegen dürfen wir natürlich nicht sonst haben wir es direkt in dort auf hier 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 immer das blöde versteckspielen hier 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 Gute Ecke, ja. 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 Gute Ecke, ja.